Ja, ich bin Jan, ich war 2008 und 2009 schon mal bei der Fetten Beute, war da eine längere Zeit im Ausland und bin jetzt wieder hier. Wenn ich ein Tierbäder gegen glaube ich wahrscheinlich ein Geistbock. Aber warum? Also es ist nicht wegen der Sturheit oder wegen der Dickköpfigkeit oder was auch immer, sondern ich denke einfach eher wegen der Fußball-Affinität. Wo bin ich gerne, wo fahre ich gerne hin? Also ich bin gerne auf jeden Fall im Saul unterwegs. Ich mache hier viel mit Freunden, mit Family, bin groß auf Tour halt auch irgendwie mit Fahrrad oder mache Sport halt auch. Aber ich fahre natürlich auch gerne ins Ausland und was mich total reizt ist Südamerika zum Beispiel. Also das ist ein super guter. Ob ich ein Vorbild habe? Ja, Vorbild in dem Sinne vielleicht nicht, aber ich habe schon so Idole, muss ich schon sagen. Also von der Muppet Show, Waldorf und Stettler sind halt mal richtig Bombe, weil die einfach mal immer Knallgas und quer streiben. Das finde ich super witzig. Eine Zeitreise? Ja gut, es wäre natürlich auf jeden Fall reizvoll, irgendwie in die Zukunft zu reisen, definitiv. Aber ich glaube, ich hätte voll Bock, mal irgendwie ein Set von Zurück in die Zukunft zu reisen und Martin McFly zu treffen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Welche Superheldenfähigkeit ich gerne hätte, wäre garantiert Undo. Also der Undo-Befehl am Computer kennt man ja. Man hat irgendwas falsch gemacht und kann es halt zurücknehmen. Wenn man das halt irgendwie auch machen könnte, wäre das ganz witzig, weil dann könnte man auch viele Sachen ausprobieren. Man sieht, wie sie ankommen und könnte sie dann auch, wenn es denn sein müsste, auch wieder zurücknehmen und neu machen. Was wollte ich gerne werden als Kind? Also ich glaube, es war wirklich Feuerwehrmann witzigerweise, aber das passt dann irgendwie, glaube ich, schon, weil ich ja schon brennende Lösche, was Konzeption und Design betrifft. Aber bei uns hier beides war das fette Beute. Okay. Thanks. Okay. Okay. Okay.